also für alle die es auf youtube sehen wir machen eins gegen eins gewinner 20 euro warum bin ich drauf? warum habe ich mich eingelassen? oh der war clever oh die range tschau ach schade alter nix tschau ich krieg den ersten kill oh nein nein tschau fuck geht schlecht für dich raus ey ne oder? wie dumm ich bin gebrochen komm tschi jetzt geht nichts mehr uuua wieso nicht nach unten? als ob deiner drin wieso nicht nach unten? nein auf Ende was wolle du alter? ich habe eh verloren man 3-2 zurückgelegt 20 euro meine tisch neue runde neues glück guter starten mein hammer gegen deinen scheiß billiges plastik schwerter und habe ich wieder so geil ich drücke oben wie du hast ja das betrug hier die kürze noch mal so was machst du am anfang für kacabosche gar nicht weiter kämpfen ist einfach eine unnötige zeitverlust war kannst du nur ich werde nicht einmal treffen und bei alter was war das für eine heutige scheiße wenn du einen Muff nicht triffst, dann kannst du mich so leicht prüfen. Oh nee, oder? Oh nee, Alter. Das war knapp. Oh Mann, der hättest du gern genommen. Alter, diese Attacke, aber die ist auch scheiße stark, ne? Ja, aber wir treffen, wenn du nicht triffst, dann sind wir zum Arsch. Ich hoffe, das kann besser. Vor allem, wenn man die sieht, dann kann es halt so leicht prüfen. Du bist übel schnell. Der ist schnell? Ich seh diesen Blitz noch nicht mal kommen, dann bin ich schon tot. Wieder 20 Euro im Test. Einfach nur einen Lebenunterschied, Mann. Nur? Ja, guck mal, ich hab dich einmal schon gesiegt heute. Das ist egal, mit wem du gespielt hast, egal, ich hab gewonnen. Wobei, bei Kevin klappt es immer. Guck mal, wie es jetzt läuft. Ich bin ja wohl nicht Kevin, ne? Was ist das hier, Kugel? Ich will endlich halt weiter fliegen. Ich weiß nicht warum, ich hab mich mit so und dumm... Kugelkill! Ich hab mich gerade mit so und dumm die ganze Zeit treffen lassen, ohne was zu machen. Ja toll, du drückst die ganze Zeit nur B. Krass, krass, einfach nur B drücken. Aber du bist da rein. Junge, wie soll ich da wegkommen? Wer der ist? Das ist so OP, Alter, die sind scheiße. Ich komm da gar nicht weg. Was soll ich denn machen? Ja, dann blockt der auch noch, ey, Junge. Noob! Ey, wieso kein Fiki, ne? Keine. Ist das so dumm, wie sich die Kohle verlegen. Boi. Boi. Ey, ich hab doch geblockt wieder. Oh, das sah gar nicht gut aus. Junge, als ob ich die ganze gegen die Wand gehauen hätte. Ne, ist so. Ey, kein Schlag kam durch. Alter. 170% voll im Donnerblitz getroffen. Juck den nicht. Auf Wiedersehen. Lass im Donnerblitz getroffen. Lass Arma. two, drei, drei. Wir sind in dena multi-Amen. Töne. Bis zum nächsten Mal.